so hallo aus der villa stuck heute am 21 april ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau welche woche wir haben unserer schließung ich setze doch mal meine brille auf dann sehe ich mir herzlich willkommen in der villa stuck wir sind an verschiedenen themen dran über die ich sprechen werde von muckbook muckbook begleitet uns ja hier über diese tage die unter dem hashtag stuckatom laufen verschiedene digitale formate die wir anbieten das war es gar nicht hat anscheinend nicht funktioniert unter umständen kommt sie hoffentlich gleich noch mal zurück ja herzlich willkommen in der villa stuck sage ich einfach mal bin hier heute im büro unseres ausstellungsteams mein anderer ort hoffentlich ist die akustik gut hier ja sehr gut ich höre ich gut ich hoffe du mich auch ja alles wunderbar genau also ich habe schon so ein bisschen erzählt wir sind an verschiedenen themen dran natürlich treibt uns eine sache ganz besonders um die auch schon als frage gestellt wurde vorab wann eröffnet die villa stuck wieder das ist eine frage die uns natürlich sehr beschäftigt die tatsächlich aber auch ja so ein bisschen energie freisetzt weil natürlich können wir es kaum erwarten unser publikum hier wieder im museum zu begrüßen aktuell sind wir geschlossen bis zum dritten mai das ist die offizielle sprachregelung und wir haben gespräche innerhalb des kultur referats hier der stadt münchen auch mit unseren kolleginnen und kollegen von den anderen häusern jeder entwickelt so seine pläne weil natürlich die häuser sehr unterschiedlich sind wir arbeiten uns jetzt mal an quasi anhand der supermarkt regeln 20 quadratmeter für eine person und entwickeln so szenarien wie können sich unsere besucherinnen besucher hier geschützt und sicher durchs museum bewegen wie ist auch unser personal natürlich unter den hygienischen bedingungen hier vor ort tätig all das das wird gerade so in verschiedenen szenarien mal durchgespielt um einfach für den fall dass irgendwann das grüne licht leuchtet und wir wieder öffnen dürfen um bereit zu sein das ist gerade gerade hier so uns alle beschäftigt ja die bundesregierung hatte ja letzte woche gemeinsam mit den ministerpräsidenten auch besprochen dass alle zwei wochen ja eben noch mal geschaut wird und revue passieren man praktische letzten zwei wochen revue passieren lässt und dann daraufhin wieder neue anweisungen gibt oder neuen richtlinien folgt das wäre dann ja wieder nächste woche sozusagen und dann eigentlich auch die öffnungen anderer institutionen betreffen die eventuellen öffnungen ab dem vierten mai sozusagen ja also genau so ist es am dreißigsten april ist glaube ich diese nächste sitzung anberäumt mit den ministerpräsidenten der verschiedenen bundesländer wobei wir natürlich auch schon mitbekommen innerhalb der museen in einigen bundesländern da wird schon ganz konkret an den öffnungen gearbeitet also speziell in brandenburg und in thüringen da stehen tatsächlich innerhalb der nächsten tage schon die ersten museums öffnungen an das ist für uns jetzt erstmal insofern natürlich auch gut weil wir so ein bisschen erfahrungswerte auch sammeln können welche anweisungen gibt es für diese häuser also eben mit abstandsregeln mit desinfektions stationen für die besucherinnen besucher für das personal vor ort also da können wir sicherlich jetzt auch für unsere szenarien dann sozusagen lernen wie gehen die anderen häuser damit um von daher finde ich es jetzt auch gar nicht verkehrt dass das sozusagen in den einzelnen bundesländern unterschiedlich in unterschiedlicher geschwindigkeit gehandhabt wird und gleichzeitig ist es natürlich eine sache wo man sich auch zeit lassen muss also die sicherheit geht einfach vor für alle und ja also wie gesagt da sind wir jetzt gerade dran unsere kassen werden aufgerüstet mit plexi scheiben und so weiter also so dass einfach die sicherheit für alle beteiligten hier gewährleistet ist es wird mit sicherheit erstmal nicht das klassische vermittlungsangebot geben also das das ist ja auch so ein thema mit dem wir uns natürlich beschäftigen also gerade hier vor ort in der villa struck mit unserem fränzchen programm da werden wir sicherlich noch geduld haben müssen da werden sich bestimmt auch noch vorgaben konkretisieren müssen mit wie vielen personen wie vielen kindern können wir in einem raum auf welche art und weise arbeiten also wenn man sich das mal umrechnet unser jugendzimmer das ist quasi ausgelegt für vier personen also wenn man das nach dieser regelung irgendwie nimmt das ist natürlich eine tolle kleine gruppe andererseits ist der personalaufwand immens hoch eben nur in diesen kleinen gruppen zu arbeiten also da muss man einfach sehen wie die die vorgaben von seiten der regierung oder hier auch von der stadt münchen sein werden ich sehe gerade jochem meister ist mit dabei der ganz vorne steht beim vermittlungsprogramm hier in münchen bei den pinakotheken die vorerst noch ein bisschen warten müssen das ist ja auch klar wie viele leute passen denn dann in die villa stuck eigentlich wenn 20 quadratmeter eine person wenn ihr euch dann nach den supermärkten richtet wie viel werden das dann also wenn man es wenn man es gesamt hochrechnet dann sind wir glaube ich bei 50 60 personen irgendwie die wir hier sozusagen gleichzeitig im haus haben könnten aber da kommen natürlich viele themen mit dazu da ist das bewachungspersonal rechnen wir das damit rein ist das nochmal extra dann gibt es bereiche die sind einfach kleiner das sind durchgangsräume da können jeweils eigentlich nach diesem szenario zumindest immer nur eine oder zwei personen gleichzeitig sich im raum aufhalten und also dadurch bedingen sich so ergeben sich so abhängigkeiten die wir mit einrechnen müssen und die auch mit sicherheit eine große herausforderung für unser aufsichtspersonal sein müssen weil die im grunde genommen so ein bisschen dirigieren müssen wie bewegen sich die besucherinnen und besucher wie werden die abstandsregelungen eingehalten also all diese themen die können in einigen bereichen relativ einfach umgesetzt werden in anderen bereichen ist es dann doch eher ja ein komplexeres thema aber wie gesagt da sitzen wir dran da sprechen wir auch mit allen beteiligten es geht dann auch um das thema reinigung also alle diese diese dinge müssen wir damit mit berücksichtigen genau also das ist schon angesprochen es braucht eben konzepte man kann auch jetzt natürlich nicht von einem tag auf den anderen wenn es denn erlaubt sein sollte öffnen und deswegen ja auch diese zwei wochen regelung dass man eben auch den geschäften den institutionen den häusern die möglichkeit gibt eben entsprechende konzepte auch zu erarbeiten und an alle die jetzt hier eingeschaltet haben herzlich willkommen zu stuck at home oder hashtag stuck at home je nachdem wie man es ausspricht und liest wir sind hier live mit dem format as the director und ihr könnt hier immer in der insta story auf dem insta-kanal der museum villa stuck am montag eure fragen einsenden bis eben am dienstag und dann sind wir hier immer zusammen live mit michael burs dem direktor des museum villa stuck und mir vom muckbook das stadtmagazin in unserem wöchentlichen dienstagsgespräch sozusagen heute schon um 12 statt sonst immer um 13 uhr und ich habe eine frage auch an dich michael das können das thema können wir jetzt nicht unter den tisch kehren oktoberfest wiesen 2020 wie stehst du dazu die nachricht kam um 9 uhr rein in der pressekonferenz mit markus söder und dieter reiter dem oberbürgermeister von münchen wie siehst du das als münchner bist du ein oktoberfestgänger oder denkst du dir so eher fluch als segen also ich bin oktoberfestgänger ich gehe gerne ich gehe nicht in tracht aber ich gehe sehr gerne auf die wiesen also ich glaube dass diese entscheidung absehbar war logischerweise ich glaube es macht auch sinn dass sich sowohl herr söder als auch herr reiter da gemeinsam positioniert haben um da auch entsprechend aus beiden richtungen sozusagen zu kommunizieren also das war glaube ich nur folgerichtig absehbar dass diese entscheidung getroffen wird und naja wie es jetzt ja auch manchmal so heißt umso größer ist die vorfreude auf das nächste jahr wir also wir werden es mit sicherheit als konsumenten natürlich verkraften ich glaube diejenigen die dort geschäfte betreiben für die ist das ein ganz anderes thema aber für die fällt nicht nur das oktoberfest jetzt aus sondern die sind jetzt aktuell ja auch schon in einer wahnsinnig schwierigen wirtschaftlichen situation weil natürlich auch alle frühlings feste und sonstigen zusammenkünfte dieser art gecancelt werden also toll wird abgesagt filmfest in münchen abgesagt online stadt und in einem kleineren rahmen ja das sind sehr bittere pillen natürlich hast du den eindruck dass ist irgendwas mit den besucherzahlen gemacht hat im september oktober zu der zeit in der villa stück dass die anderen dass das alle auf der wiesn sind und dann nicht ins museum gehen vermehrten touristen in der stadt dann doch eben mal so ein wiesenfreier tag eingelegt wird und mehr touristen unterwegs sind auch in den museen also das ist natürlich die ideale vorstellung für jede museumsdirektorin für jeden museumsdirektor hier in münchen dass man sagt die touristen kommen nach münchen und gehen dann eben aber nicht aufs oktoberfest sondern ins museum ich glaube aber es ist tatsächlich eine sehr fantasievolle vorstellung wer hier anreist und wer für die wiesen anreist der geht auf die wiesen und ich ansonsten kurierte sich wahrscheinlich irgendwie aus würde ich jetzt mal ganz flapsig behaupten also das gehört zum münchener kalender natürlich seit jahrhunderten sozusagen mit dazu ich glaube für uns hat es keine größeren auswirkungen in die eine oder in die andere man kann die wiesen auch nicht digital abhalten also das ist vielleicht noch mal ein anknüpfungspunkt auch an den kommentar von von jochem meister und natürlich auch vielleicht anknüpfend an das gespräch was wir letzten freitag hatten mit dem reinhard spieler vom sprengen museum der ja auch vertreter des museums bundes ist es gibt einfach ein limit es gibt eine beschränkung im digitalen raum man kann nicht alle formate übertragen man kann auch das erlebnis vor ort in einem museum auch hier in der villa stück in den historischen räumen nicht ersetzen kann man so viele 360 grad kameras aufstellen wie man will es wird nicht funktionieren man braucht den eindruck vor ort man braucht die die materialität die haptik sozusagen der objekte und also vor dem hintergrund können wir es eben wie gesagt nicht erwarten hoffen dass wir schnellstmöglich unsere türen wieder öffnen können und stellen uns einfach darauf ein und klar die die wiesen wäre im september gewesen also das heißt wer weiß wie sich dieses thema noch entwickelt dass die die öffnung der häuser ist sicherlich das eine thema das andere thema ist dass veranstaltungen nicht mehr stattfinden können auf absehbare zeit also dass es eröffnungen nicht mehr geben wird wir haben ja hier so unsere eigene wiesen nämlich unser sommerfest im garten der villa stück also auch das werden wir in diesem jahr sicherlich nicht stattfinden lassen können und aber auf der anderen seite freuen uns eben dann drauf wenn wir 2021 hoffentlich wieder mit möglichst vielen hier feiern können 20 wird unter dem motto halligalli drecksau stattfinden weil alle total ich dem treffen und dem social der social annäherung praktisch wieder hingeben und sich wahrscheinlich auch einfach exzessiv aufs beisammensein freuen werden aber du hast es ja auch gesagt ich finde auch man kann das erlebnis an sich auch einfach digital nicht wirklich ersetzen ich glaube da macht man sich dann vermutlich auch eher was vor man kann versuchen gewisse inhalte neu anzubieten neu darzustellen auch in die zukunft gedacht weil das alles was wir hier gerade lernen gemeinsam auf die beine stellen das wird uns hoffentlich ja auch dann bleiben und generell auch neue formate auch für eine zeit eben nach der corona pandemie erhalten bleiben aber es wird trotzdem es kann nicht es kann kein ersatz produkt sein es kann nur ergänzend sein das sie ja ja also man sieht ja natürlich bis mindestens dritten mai werden wir diese digitalen formate auch anbieten und es gibt natürlich große auch auch vorteile in diesen digitalen formaten also wir können mit terry chauffeur in kopenhagen kommunizieren über instagram oder über andere kanäle ich kann verraten dass wir seit gestern abend auch tatsächlich noch mal an einem weiteren critical run arbeiten der demnächst hoffentlich noch stattfinden kann wir werden in dieser woche eine gebärdensprachführung live zeigen aus der lisa walker ausstellung also das sind alles dinge die natürlich dann auch tatsächlich unser publikum sozusagen erweitern im digitalen raum unter umständen eben auch viel mehr menschen die möglichkeit geben zu partizipieren an diesen angeboten und von daher ist all das ein toller lerneffekt den wir jetzt gerade durchmachen und den wir dann eben hoffentlich auch wie du sagst in der zukunft nutzen können in dem maße in dem den uns dann eben auch die 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 mittel zur verfügung stellen also es ist sicherlich ein thema dass wir das programm dass wir hier gerade über die sozialen kanäle ablaufen lassen das ist budget intensiv das ist ressourcen intensiv und wir haben natürlich einen quasi arbeitsauftrag der da lautet den digitalen wandel mit zugestalten und ich glaube da sind wir jetzt gerade ganz heftig irgendwie auch mittendrin und mit dabei ins kalte schmissen ein bisschen mein ich glaube was du auch ansprichst sind wahrscheinlich auch die gelder die dafür zur verfügung gestellt werden auch in zukunft durch die stadt oder größer gedacht auch durch den bund an die länder damit man überhaupt diesen diesen sprung auch schafft und ich glaube das ist auch ein ganz zentrales thema dass man eben erkennt dass diese digitalen formate jetzt zum beispiel mit der führung am freitag durch die durch die ausstellung von dieser walker in gebärdensprache das ist ja auch ein ganz großer teil der inklusion auch vorantreibt dass man sich überlegt okay wie erreicht man eben auch solche zielgruppen wie bringt man die zu uns ins haus was bietet man denen an worüber man vorher vielleicht nur nachgedacht hat mit ja wie machen wir diese barrierefreiheit im sinne von kommt jetzt auch der rollstuhlfahrer die treppen hoch oder nicht oder gibt es genügend aufzüge aber dass man da dass das verständnis eben nicht so weit ging dass man sagt okay was gibt es überhaupt für zielgruppen welche behinderungen gibt es in dem fall gesprochen wie können wir auch diese menschen mit einbinden ja hier schöner kommentar wir spüren momentan besonders die soziale funktion des museums das ist glaube ich tatsächlich so also es geht bei diesen digitalen angeboten glaube ich sehr viel um kommunikation und von daher ist es glaube ich ein tolles zusätzliches instrument natürlich geht es vor allem erst mal um die kommunikation vor ort im museum wir haben da ja aufgaben als als vermittler sozusagen auch die 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 räume die objekte quasi zum sprechen zu bringen aktuell sehen wir glaube ich dass die institutionen selbst für sich auch irgendwie sprechen stellung beziehen kommunizieren auch inhalte veröffentlichen die unter umständen vorher immer so hinter verschlossenen türen waren und ich glaube das ist ein wahnsinnig guter prozess in dieser unbenommen und unbestritten aus schwierigen situation und wenn wir über budget sprechen dann wird es aber natürlich auch eine große herausforderung sein weil erst mal steht jetzt glaube ich als erste ausgabe an auch die einnahme verluste die entstehen aller orten die die hilfen die sofort helfen die finanziert werden müssen all das wird unter umständen natürlich auch den oder wird den städtischen haushalt treffen und natürlich sind auch dann wir sozusagen irgendwie mit dem boot das heißt ich glaube es ist jetzt auch vermessen über zusätzliche ressourcen zu sprechen jetzt muss man glaube ich dann erst mal wenn der zeitpunkt gekommen ist resümee ziehen und eine art bilanz ziehen was das jetzt alles eigentlich kostet und dann glaube ich kann man in die zukunft blicken also ich will da jetzt auch gar nicht zu negativ sein aber es ist sicherlich eine sache die man mit berücksichtigen ja absolut jetzt haben wir schon ein bisschen das wochenprogramm mit der führung am freitag angesprochen wir können das ja mal so chronologisch durchgehen in der insta story villa stuck ist es eigentlich auch ganz schön immer aufgezeigt was in der woche so passiert ab montag da könnt ihr auch immer reinschauen und bis morgen ich glaube das ist so das wichtigste könnt ihr noch bilder einschicken oder unter dem hashtag die demokratische schnecke taggen für die verlosung oder michael das geht noch bis morgen bis zum 22 genau die demokratische schnecke die ausstellung das das sogenannte online szenario läuft noch bis zum 22 april also bis morgen es gab schon sehr schöne einsendungen bilder von den plakaten in der stadt die besucherinnen spaziergängerinnen und spaziergänger nenne ich sie jetzt einfach mal entdeckt haben bei ihren rundgängen bei ihren stadt rundgängen es gibt gedichte an die schnecke also all das ist eingegangen unter die demokratische schnecke at gmail.com und wir freuen uns drauf wenn bis morgen noch viele einsendungen kommen und die die website wird dann mal sehen was damit passiert will ich jetzt eigentlich noch gar nicht verraten jetzt habe ich fast verplappert aber es soll natürlich alle morgen noch mal drauf gucken und dann werden wir sehen ob und wie sich die schnecke verabschiedet dann ist auch dieses experiment sozusagen vorbei aber auch da kann ich eigentlich glaube ich im namen aller beteiligten ankündigen dass wir uns auf jeden fall hier auch noch mal vor ort mit der heike geißner mit der anna lena von helldorf treffen möchten um auch unter umständen dieses thema eben noch mal aufzugreifen aber dann eben auch gemeinsam nicht über zoom nicht über irgendwelche anderen plattformen sondern tatsächlich von angesicht zu angesicht je nachdem wie das dann möglich ist aber das soll auf jeden fall noch stattfinden aber also wie du gesagt hattest der aufruf ist da bis morgen bitte gerne noch einsendungen machen und wir werden dann im nachgang die plakate an die teilnehmerinnen und teilnehmer verschickt ja und am donnerstag ist dann wieder der throwback thursday und da gibt es habe ich jetzt gehört schätze aus eurem online archiv was was heißt das oder ist das auch ein geheimnis nee das ist gar kein geheimnis also wir haben jetzt jede woche so ein bisschen zurückgeblickt auf verschiedene aktivitäten hier die sich dann eben auch entsprechend zeigen lassen und in dieser woche geht es um die kontaktlinse das ist ein vermittlungsformat das wir seit einigen jahren hier schon machen das sind auf der einen seite jugendliche geflüchtete die hier in münchen gelandet sind und auf der anderen seite schülerinnen und schüler von münchner schulen die gemeinsam hier videos erstellen die also video workshops unter der anleitung von künstlerinnen und künstler durchführen in der villa stopp und wir werden ich weiß jetzt gar nicht ob eins oder mehrere videos zeigen die in diesen workshops entstanden sind die sind richtig toll das ist auch tatsächlich ein kurs der über mehrere tage beziehungsweise manchmal sogar wochen läuft wo alle das entsprechende handwerkszeug auch mitbekommen wie drehe ich einen film wie schneide ich das material wie vertone ich das alles und wie mache ich daraus eben tatsächlich einen professionellen film und wir werden morgen so ein paar beispiele aus dieser kontaktlinse zeigen schön das ist sehr spannend das kann man wo sehen am donnerstag ich glaube das läuft in der hauptsache über facebook ich glaube das läuft über den facebook kanal aber genau auf twitter wird das wahrscheinlich auch angekündigt ich kann jetzt bei der gelegenheit aber vielleicht gleich auch noch was anderes ankündigen wir haben nämlich mal auch so ein bisschen archiviert was während dieser ganzen stuck at home zeit jetzt schon gelaufen ist und auf der website des museums auf villa stuck.de gibt es eine seite wo man tatsächlich jetzt dann alle videos die in dieser zeit entstanden sind sofern wir sie vorliegen haben und gesichert haben immer wieder mal die kann man dort alle anschauen und kann so diese letzten wochen auch noch mal so ein bisschen revue passieren lassen beziehungsweise dann eben auch immer wieder noch ein bisschen weiter in das archiv auch zurück. super sehr schön und genau freitag ist dann die führung die wir vorhin auch schon ein bisschen angesprochen haben durch die lisa walker ausstellung lisa walker hat uns übrigens auch zugebunden ja hi lisa greetings to new zealand lisa hat geschrieben dass die die beschränkungen in neuseeland so ein bisschen zurückgefahren werden also es wird so ein bisschen lockerer auch dort aber natürlich trotzdem die beschränkungen bestehen weiterhin wir hoffen nach wie vor sehr stark dass wir die ausstellung von lisa hier möglichst bald wieder öffnen können sodass auch die besucherinnen besucher die wunderbaren objekte sehen können seit gestern ist auf dem blog der villa stück die eröffnungsrede von otto künzli nachzulesen da hatten wir beide ja auch schon mal drüber gesprochen lesen genau das war vor zwei wochen glaube ich und dann hast du gesagt dass verschriftlichen möchtest und jetzt ist es online genau genau otto künzli hat auch den schluss der rede wer ihn mitbekommen hat hier live vor ort der war sehr außergewöhnlich er hat den schluss der rede tatsächlich auch noch mal überarbeitet und ergänzt also von daher das macht großen spaß das nachzulegen und weil unser förderverein der villa stück verein gerade grüße an lisa walker schickt grüßen wir von hier aus natürlich auch den villa stück verein auch da kann ich eigentlich nur sagen dass die kolleginnen und kollegen aus dem vorstand wie aber glaube ich auch alle mitglieder ganz nah dran sind an dem was hier im museum passiert uns begleiten uns unterstützen und mit sicherheit auch in der zukunft uns egal ob digital oder dann wieder vor ort im museum unterstützen werden von daher an der stelle ein großes dankeschön für das engagement ich glaube da kommen auch ein paar dinge noch auf die wir uns freuen können von seiten des villa stück vereins also herzliches dankeschön an euch und unter anderem wird da aber im übrigen auch um noch mal aufs oktoberfest zurückzukommen eine sache organisiert von unserem vorsitzenden des villa stück vereins tatsächlich nämlich die sogenannte kultur wiesen die natürlich auch in diesem jahr dann leider ausfallen muss aber der peter hat heute schon gepostet er freut sich auf 2021 und das tun wir alle mit ihm natürlich gemeinsam das tun wir auf jeden fall abschließend der samstag darf jetzt natürlich auch nicht unerwähnt bleiben mit fränzchen at home da habe ich gesehen es wird eine ich sag jetzt mal bastel idee oder eine inspiration auf basis eines verfahrens geben was relativ selten wohl gemacht oder umgesetzt wird und zwar monotypie ich habe mir so ein bisschen was dazu durchgelesen und ich fand das ankündigungsbild in eurer story auf jeden fall sehr süß irgendwie mit diesem geist was hat es da auf sich das ist ein workshop den wir tatsächlich so jetzt quasi online anbieten können zu einem eben wie du sagst zu einem bestimmten druckverfahren ich habe offen gestanden den film selber noch gar nicht gesehen ich kann gar nicht so viel dazu sagen ich weiß nur aus den vergangenen wochen dass diese filme wahnsinnig gut ankommen sowohl diese ganzen osterbasteleien als auch letzte woche der der online kurs um sich selber auf farben anzumischen von carrie montagna also auch der glaube ich kam richtig gut an das video von ihr von daher kann ich im grunde genommen auch hier nur danke sagen und alle die da inhalte für uns jetzt gerade generieren das ist toll dass ihr mitmacht uns unterstützt und dann eben aber auch für unser publikum anregungen liefert also ich freue mich sehr auf samstag werde mir das video dann anschauen vielleicht auch ein bisschen zu hause basteln und ich glaube da kann man sehr gespannt sein was noch alles kommt immer samstags unter fränzchen entkommen absolut ja wir haben alle noch ein bisschen zeit auf jeden fall und müssen uns noch in geduld üben deswegen ist sowas immer beliebt und gern gesehen auch die nächsten woche noch hast du noch was abschließend für diese woche ein highlight vielleicht auch irgendwas was auf anderen museumskanälen oder kunstkanälen läuft also ich will eigentlich an der stelle ich glaube das wird auch am mittwoch veröffentlicht nur noch mal einen gruß auch an alle mitarbeiterinnen mitarbeiter hier der villa stück schicken die ihre sache im home office wahnsinnig toll machen die bei ein konferenzen die wir hier so abhalten auch wenn sie nicht sehr oft stattfinden können aber doch immer mit dabei sind und uns mit ideen unterstützen und es wird am mittwoch einen blick ins home office geben also alle berichten so ein bisschen über die themen an denen sie gerade arbeiten auch in die zukunft an die bevorstehenden ausstellungsprojekte aber es gibt auch ja tatsächlich schöne home office berichte sowohl in video als auch in musikform und von daher kann ich nur ein ans herz legen da mal auf dem blog zu gucken das wird dann glaube ich auch wieder über verschiedene andere kanäle geteilt das macht sehr sehr viel spaß und ich bedanke mich an allen die da schon teilgenommen ja wahnsinn also die woche wird es bei der villa stück auf jeden fall wie immer nicht langweilig es gibt viel worauf wir uns worauf ihr euch freuen könnt und damit entlassen wir euch aus der mittagspause würde ich sagen oder gehen beide jeweils noch in unsere eigene mittagspause und wir sehen uns nächste woche dienstag dann wieder um 13 uhr hier auf instagram live vielen dank schaika grüße an alle die zugeschaut haben und ihr bleibt dabei vielen dank bis dann tschau tschüss